Ist es gesegneter, wenn man an einem Freitag verstirbt? Es gibt tatsächlich eine Überlieferung. Ich denke, die ist bei Imam Ahmad überliefert, Wallahu ta'ala, ala wa'alam. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte in dieser Überlieferung, dass derjenige, der am Freitag verstirbt, von der Pein im Grab, von der Strafe im Grab bewahrt wird. Diese Überlieferung ist umstritten und Wallahu ta'ala, ala wa'alam, sie ist nicht authentisch. Untertitelung des ZDF, 2020